Musik Dere und herzlich willkommen zum dritten Video unserer SK Sturm Reihe im Fußballmanager 2024. Wir haben uns am Dienstag den Saisonbeginn angeschaut. Und gestern Mittwoch war die Aufstellung und Taktik dran. Und heute kümmern wir uns noch um die Verträge bzw. die Mitarbeiter. Bevor dann morgen das erste Pflichtspiel, ein Cupfight, anstehen wird. Ja, wir haben hier gerade unsere Mittelfeldspieler offen. Wir sehen einige Spieler, wo 2024 der Vertrag ausläuft. Einer davon, Ota Kitaishvili. Das ist auf jeden Fall sehr problematisch. Den möchten wir unbedingt verlängern. Wir sehen es hier. David Affengruber habe ich vorhin, das war jetzt nicht auf Video, bereits verlängert. Bei Niklas Geierhofer habe ich mich noch nicht entschieden. Was wir tun sollen? Brian Teixeira sollte verlängert werden. Er hat einen hohen Wert. Ich weiß nur nicht, ob ich ihn brauche. Meiner Meinung nach passt er einfach nicht ins System. Interessanterweise offenbar auch nicht ins Sturmsystem, in der Realität, wenn man sich anschaut, wie seine Leistungen bisher waren. Ja, Ota Kitaishvili, der wird natürlich richtig teuer. Aber man muss sagen, das ist einer unserer besten Leute und ich würde den wirklich sehr, sehr gerne halten. Jetzt frage ich hier zuerst beim Berater an, weil ich nicht einfach so ins Blaue irgendwie einen Vertrag anbieten möchte. Und der sagt mir schon, Grundgehalt 80.000 bis 97.000, ja scheiß dich an. Das sind ungefähr 50.000 mehr als unsere bisherigen Topverdiener. Also ja, nein, ich meine, das ist ein Wahnsinn. Das können wir uns eigentlich nicht leisten. Aus dem Grund versuche ich hier jetzt natürlich ein bisschen mit ihm zu handeln, denn ich hätte ihn wirklich sehr gerne, aber ich kann nicht doppelt so viel zahlen wie für meinen zweitteuersten Spieler. Und siehe da, er kommt uns ein bisschen entgegen auf 72.000 bis 87.000. Das ist immer noch unglaublich viel. Ja, keine Frage. Aber die 72.000, vielleicht mit ein paar interessanten Klauseln, ich denke, die können wir irgendwie stemmen. Bisher hatte er, ja, viel, nein, 29.000 bisher, also der hat seinen Wert da verdreifacht, das ist nicht ohne. Wir sehen, Einsatzzeiten möchte er Schlüsselspieler sein, das ist super, das kann er gerne sein, hätte ich auch gerne von ihm, ich hätte ihm sogar Starspieler geboten, wenn das da jetzt eine Option gewesen wäre, dann Vertragsbeginn, Ende der Saison, haha, dann ersparen wir uns das Geld jetzt zumindest noch in dieser Saison, das heißt jetzt wird er noch mit den 29.000 abgespeist, ab nächster Saison dann ist er aber natürlich ein absoluter Topverdiener und 2025, 2026 möchte er mit uns den Pokal gewinnen. Ja, das wollen wir auch und ich denke, das ist auch machbar. Jetzt schauen wir uns das Gehalt an, es werden uns da jetzt schon nur 73.000 vorgeschlagen. Ja, das ist okay, das hätte schlimmer kommen können, jetzt denke ich mir, okay, Vorlagen, da können wir etwas mehr geben, ehrlich gesagt, dafür Loyalitätsbonus etwas runter, Auflaufprämie. Kei Teichwili ist, ich meine, der 27 Jahre alt hat, aber einen sehr, sehr intensiven, ja, Posten bei uns, das heißt, er wird nicht immer spielen können, er wird hin und wieder müde sein, das heißt, Auflaufprämie etwas rauf, dafür beim Gehalt etwas runter und ja, ich denke, das ist dann schon machbar und wir sehen es hier, Spieler sagt sofort zu oder sein Berater sagt mehr oder weniger sofort zu, okay, haben wir wohl zu viel geboten. Na, aber das ist absolut in Ordnung für den Kei Teichwili und ich denke, das war eine sehr gute Verlängerung. Wir sehen es hier auch, Janscha ist weg, Serrano können wir die Klausel ziehen, Teixeira wird ebenfalls weg sein. Hierländer, ja, was machen wir mit Stefan Hierländer, das wird noch ganz knifflig und hier bei den Stürmern, da läuft ohnehin nichts aus, also von dem her sind wir eigentlich jetzt relativ gut aufgestellt, es gibt jetzt nur noch die Personalie Hierländer, die wirklich fraglich ist. Geierhofer, schauen wir uns an, was er in dieser Saison leistet, Teixeira glaube ich nicht, dass wir verlängern. So, jetzt weiter zu den Mitarbeitern, wir sehen in der Transferabteilung Scouts, Analysten haben wir zu wenig, dafür haben wir zu viele Physios, warum auch immer, ja, ist halt so und der Vorstand sagt schon, wir müssen da jemanden loswerden, idealerweise zwei Leute und wenn man sich das jetzt anschaut, wir haben da zwei Top-Verdiener, also wirklich wahnsinnige Verdiener, Marco Warcher mit 17 auf Physio und hier Moritz Lindbichler mit 12 auf Physio. Ich weiß nicht, wie der Teilzeit für 8.250 im Monat arbeitet, ich behaupte, die ist überbezahlt, das ist ja absoluter Wahnsinn, also unglaublich, ja, aus dem Grund müssen wir den loswerden. Dann schauen wir natürlich, wen gibt es noch, ja, ich meine, dieser Herr Warcher, er ist halt schon sehr gut, also 17, Physio ist dicht schlecht, andererseits der Grabner hier hat 18 sogar, so, Lindbichler ist bereits weg, das ist schon, letzten Endes, wir können diesen Warcher nicht da lassen, das ist einfach viel zu teuer und bieten beiden eine einvernehmliche Trennung an, beide stimmen zu, ja, ich meine, ist klar, die haben da jetzt, die haben sich ja dumm und deppert verdient mit uns, das ist ja ein Wahnsinn und dafür, dass wir jetzt unseren Teilzeitarbeiter da rauswerfen, kriege ich ja nochmal 50.000 Abfindung, puh, ha, wie, ja, jedenfalls medizinische Abteilung schauen wir jetzt gut raus, da Transferabteilung noch nicht ganz, da wollen wir auf jeden Fall einen Scout haben, einen zusätzlichen, dann hätte ich auch sehr gerne einen Spielanalysten zusätzlich und wir geben hier jetzt ganz altmodisch eine Annonce auf, sozusagen, eine Anzeige auf und suchen nach dem passenden Analysten oder der passenden Analystin. Wir sehen hier beim Trainerstab selbst, da haben wir auch noch etwas Potenzial im erweiterten Trainerstab, also Torhüttrainer, Athletiktrainer, Co-Trainer, allgemeiner Coach und so weiter, da geht dann auch noch was, aber das machen wir jetzt nicht auf der Stelle, sondern eben jetzt schauen wir mal, dass wir die nötigsten Dinge uns holen und eben da gehört definitiv noch ein dritter Scout hinzu, dass wenn uns sogar der Vorstand sagt, wir haben da zu wenig Leute, dann kann man sich vorstellen, was da eigentlich los ist. Hier noch kurz zu den Verantwortlichkeiten. Vorstandsverantwortlichkeiten können und dürfen wir als Trainer keine übernehmen, ist auch nachvollziehbar. Es gibt da dann jetzt aber allerlei Wissens, jetzt gehen wir auf Mitarbeiter allgemein zum Beispiel, kümmert sich um die Mannschaftsausstellung, ja das bin ich, kümmert sich um die Aufstellung der U18, das ist der Gili Prilasnik, sehr schön, kümmert sich um die Aufstellung der Amateure, der Thomas Hösele, genau, und so weiter. Und man kann da jetzt natürlich sagen, was möchten wir machen, was sollen unsere Mitarbeiter machen. Wer stellt den Sportdirektor ein? Ja, es tut mir leid, aber ich würde grundsätzlich ja eh gerne, aber ehrlich gesagt, wenn wir als Coach diese Verantwortung übernehmen, für mich persönlich passt das nicht ganz, dann nehme ich dann lieber den Geschäftsführer. Ich weiß schon, es ist natürlich dann der Ansatz, je mehr man selbst macht, umso besser wird es, ist ganz klar, ich bin trotzdem ein Anfänger generell noch im Spiel, das heißt, es wird mir unter Umständen sonst zu viel, ich beginne jetzt da einmal einiges abzugeben und kann ja dann die Dinge, bei denen ich merke, die klappen nicht so gut, die kann ich ja dann auch wieder jederzeit zurückholen und eben reagieren. In weiterer Folge muss man aber eben schon auch sagen, kennt mich mittlerweile ein bisschen, ich bin ein Rollenspielfan, ich versetze mich da gerne in irgendwelche Szenarien und Lagen und wenn man dann sagt, der Christian Ilzer zum Beispiel hat das Recht, den Andi Schicker abzusetzen, ich meine, das passt nicht, das ergibt wenig Sinn aus meiner Sicht und darauf kann ich prinzipiell auch verzichten, denn ich denke, da gehen wir dann schon sehr weit drüber, was anderes ist es, wenn man sagt, man spielt hier den Sportdirektor, man spielt hier den Präsidenten zum Beispiel eines Klubs, wie es in vielen anderen, zum Beispiel früher im FIFA-Fußballmanager, den es da gab, man konnte ja hier einen Club gründen, ich weiß gar nicht, wie das da jetzt ist, wenn man einen Club gründet, ob das dann auch so der Fall ist, ob man dann auch quasi der Präsident ist, so oder so, wir sind hier als Trainer und ich denke nicht, dass es sinnvoll ist, uns da diese Rechte zu geben. Ja, Mitarbeiter einstellen in der U18, das macht unser Jugendabteilungsleiter, abgesehen vom medizinischen Bereich, das macht der technische Leiter, ich denke, sollte klar sein. So, macht euch bereit für morgen, da kommt dann eben das Cup-Spiel gegen Klagenfurt, nicht Austria-Klagenfurt, sondern andere Klagenfurter. Wünsche euch alles Gute, bis bald, Montere!